RMO Müller Bedachung GmbH in Marklohe ist ein Fachbetrieb für die Bereiche Flachdach, Steildach, Bauklempnerei, Reparaturarbeiten, Wartungsarbeiten, Gerüstbau, Demontage sowie Solar- und Photovoltaikanlagen. Bei uns spielt die traditionelle Handwerkskunst eine ebenso wichtige Rolle wie die neuen technischen Entwicklungen unserer Branche. Auch für Ihr Vorhaben rund ums Dach finden wir als professionelle Dachdecker und Bauklempner die optimale Lösung.